Das erste Buch Samuel Kapitel 1 Und es war ein Mann aus Ramataim Tzofim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Tzufs, eines Ephratitas. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder, und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern, in Silo. Dort aber waren Hoffni und Pinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermal, Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deinem Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach, Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Beliales, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, Laß deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf dem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann, Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, Tue, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo, aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn, und alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Kapitel 2 Und Hanna betete und sprach, Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, vermessenes Gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet, die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkanah ging hin nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belialts, sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte, »Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen.« Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte, »Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt!« So sprach er zu ihm, »Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen.« So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinenden Efod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufgingen, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, »Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat.« Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und daß sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, »Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, daß ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, daß es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein?« Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, »So spricht der Herr. Habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar Opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage, und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, so daß ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, »Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir aus und eingehen, aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren, wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen werde, so daß in deinem Haus niemand alt werden soll. Und du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen, bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird, und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, wird dazu beitragen, daß deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet, und der ganze Nachwuchs deines Hauses soll im Mannesalter sterben. Und das soll dir ein Zeichen sein, daß über deine beiden Söhne Hoffni und Pinehas kommen wird, an einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist, und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Und es soll geschehen, daß jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten, und sagen wird, laß mich doch an einem Priesterdienst teilhaben, damit ich einen Bissen Brot zu essen habe. Kapitel 3 Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und es geschah eines Tages, daß Eli an seinem Schlafplatz lag, seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so daß er nicht mehr sehen konnte, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel, er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, daß der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen, und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, daß jedem, der es hören wird, beide Ohren gällen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm gesagt, daß ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wußte, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, daß die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Und Samuel blieb liegen bis zum Morgen, dann öffnete er die Türen am Haus des Herrn. Aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat? Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, er ist der Herr. Er tue, was ihm wohl gefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von dann bis Beersheba erkannte, daß Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Kapitel 4 Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei eben Eser. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf, gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa viertausend Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Laßt uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thronend von dort holen, und die beiden Söhne Elis, Hoffni und Pinehas waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, so daß die Erde erbiebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, daß die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen, und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben, seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, und jeder floh in sein Zelt, und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel dreißigtausend Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinehas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen Seine Kleider waren zerrissen, und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf, und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli und seine Augen waren starr, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, ich komme vom Schlachtfeld, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen, und das Volk hat eine große Niederlage erlitten, und auch deine beiden Söhne, Hoffni und Pinnehas sind tot, und die Lade Gottes ist weggekommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann, er hatte aber Israel vierzig Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pinnehas stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, daß die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren, aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ica bot und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Kapitel 5 Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben Eser nach Astot gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten Abstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Astod bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Astod und er brachte Verderben über sie und schlug Astod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Als aber die Leute von Astod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, laß die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagons und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie, die Lade des Gottes Israels soll nach Gath ziehen und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, so daß eine sehr große Bestürzung entstand. Und er schlug die Leute in der Stadt vom Kleinsten bis zum Größten, so daß an ihnen Beulen ausbrachen. Da brachten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron und sprachen, sie haben die Lade des Gottes Israels zu uns her gebracht, um uns und unser Volk zu töten. Da sandten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Kapitel 6 So war die Lade des Herrn sieben Monate lang im Land der Philister und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen, zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müßt ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten, dann werdet ihr gesund werden, und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch läßt. Sie aber sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm entrichten sollen? Sie antworteten, fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse nach der Zahl der Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage über euch alle und über eure Fürsten gekommen. So sollt ihr nun Nachbildungen eurer Beulen machen und Nachbildungen eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre, vielleicht wird seine Hand dann leichter werden über euch und eurem Gott und eurem Land. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten. Ist es nicht so, als er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen und so gingen sie fort? So nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe vor den Wagen und treibt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und legt die goldenen Kleinodien, die er ihm als Schuldopfer gibt, in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie fort und laßt sie gehen und gebt acht. Wenn sie den Weg hinauf zieht, der zu ihrem Gebiet führt nach Bet Shemesh, so hat er uns all dies große Übel zugefügt. Wenn nicht, so wissen wir dann, daß nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern daß es uns zufällig geschehen ist. Und die Leute machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und sperrten ihre Kälber zu Hause ein. Und sie hoben die Lade des Herrn auf den Wagen dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und mit den Nachbildungen ihrer Beulen. Da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Bet Shemesh zu. Sie gingen nur auf ein und derselben Straße und brüllten beim Gehen und sie wichen weder zur Rechten noch zur Linken und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Bet Shemesh. Die Bet Shemiter aber schnitten eben den Weizen im Tal. Als sie nun aufschauten, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas des Bet Shemiters und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort. Da spalteten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war, in dem sich die goldenen Kleinodien befanden, und setzten sie auf den großen Stein. An jenem Tag opferten die Leute von Bet Shemesh dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Beulen, welche die Philister dem Herrn als Schuldopfer gaben. Für Astot eine, für Gaza eine, für Ascalon eine, für Gatt eine, für Ekron eine. Und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten von den befestigten Städten bis zu den Dörfern des flachen Landes. Und sie brachten sie bis zu Jesuas des Betschemiters bis zu diesem Tag. Und er schlug einige der Betschemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten, und er schlug von dem Volk siebzig Mann und fünfzig tausend Mann. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heim gesucht hatte, und die Leute von Betschemisch sprachen, wer kann bestehen vor dem Kapitel 7 So kamen die Leute von Kiryat Järim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kiryat Järim blieb, verging eine lange Zeit, bis zwanzig Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurück kehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mitzpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt und Samuel richtete die Kinder Israels in Mitzpah. Als aber die Philister hörten, daß die Kinder Israels in Mitzpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, laß nicht ab, für uns zu dem Herrn unserem Gott zu opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, so daß sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mitzpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Betkar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mitzpah und Schen auf und er gab ihm den Namen Eben Eser und sprach bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels und die Hand des Herrn war gegen die Philister solange Samuel lebte. So kamen die Städte welche die Philister von Israel weggenommen hatten wieder an Israel von Ekron an bis nach Gath auch ihr dazugehöriges Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern und Samuel richtete Israel sein Leben lang und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Israel an allen diesen Orten doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück denn dort war sein Haus und er richtete Israel dort und er baute dort dem Herrn einen Altar und es geschah als Samuel alt geworden war da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abiyah die waren Richter in Beersheba aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm siehe du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen so setze nun einen König über uns der uns richten soll nach der Weise uns richten soll und Samuel betete zu dem Herrn da sprach der Herr zu Samuel höre auf die Stimme des Volkes in allem was sie dir gesagt haben denn nicht dich haben sie verworfen sondern mich haben sie verworfen daß ich nicht König über sie sein soll wie sie es immer getan haben von dem Tag an als ich sie aus Ägypten herauf geführt habe bis zu diesem Tag indem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben genauso tun sie es auch mit dir so höre nun auf ihre Stimme doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs der über sie herrschen wird und Samuel sagte dem Volk daß einen König von ihm begehrte alle Worte des Herrn und er sprach das wird das Recht des Königs sein der über euch herrschen wird eure Söhne wird ernehmen und sie für sich einsetzen auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen her laufen und um sie sich als oberste über tausend und als oberste über fünfzig zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie und Bäckerinnen machen auch eure besten Äcker Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben dazu wird er den zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden er wird den zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müßt seine Knechte sein wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König den ihr euch erwählt habt so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören aber das Volk weigerte sich auf die Stimme Samuels zu hören und sprach das macht nichts es soll dennoch ein König über uns sein damit auch wir seien wie alle Heidenvölker unser König soll uns richten und vor uns her ziehen und unsere Kriege führen da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte redete er sie vor den Ohren des Herrn der Herr aber sprach zu Samuel höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein und Samuel sprach zu den Männern von Israel geht hin jeder in seine Stadt Kapitel 9 es war aber ein Mann von Benjamin sein Name war Kis ein Sohn Abiels des Sohnes Zerors des Sohnes Bechorats des Sohnes Afiachs des Sohnes eines Benjaminitas ein angesehener Mann der hatte einen Sohn namens Saul stattlich und schön so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels um Hauptes Länge überragte er alles Volk und die Eselinnen von Kis dem Vater Sauls gingen verloren und Kis sprach zu seinem Sohn Saul nimm doch einen der Burschen mit dir und mache dich auf geh hin und suche die Eselinnen und er durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa aber sie fanden sie nicht sie gingen auch durch das Gebiet von Saalim da waren sie auch nicht darauf durchzog er das Gebiet von Benjamin aber sie fanden der bei ihm war komm lass uns wieder umkehren damit nicht mein Vater die Eselinnen sein läßt und sich um uns Sorgen macht er aber sprach zu ihm siehe doch es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und der ist ein ehrwürdiger Mann alles was er sagt trifft sicher ein so lass uns nun dorthin gehen vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg den wir gehen sollen Saul aber sprach zu seinem Burschen siehe wenn wir hingehen was bringen wir dem Mann denn das Brot in unseren Taschen ist aufgebraucht auch haben wir sonst kein Geschenk daß wir dem Mann Gottes bringen könnten was haben wir der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach siehe ich habe einen Viertel Silberschekel bei mir den will ich dem Mann Gottes geben damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt früher sagte man in Israel wenn man ging um Gott zu befragen kommt lasst uns zum Seher gehen denn derjenige den man heutzutage Prophet nennt der hieß früher Seher da sprach Saul zu seinem Burschen dein Vorschlag ist gut komm wir wollen gehen und sie gingen zu der Stadt in welcher der Mann Gottes war als sie gerade die Anhöhe zur Stadt sprachen sie ist der Seher hier sie antworteten ihnen und sprachen ja siehe er ist vor dir beeile dich jetzt denn er ist heute in die Stadt gekommen weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt wenn ihr in die Stadt kommt so werdet ihr ihn gerade treffen ehe er zur Höhe hinauf geht zum Essen denn das Volk isst nicht bis er kommt denn er sie zur Stadt hinauf als sie gerade in die Stadt eintraten siehe da kam Samuel heraus ihnen entgegen um zur Höhe hinauf zu gehen aber der Herr hatte einen Tag zuvor ehe Saul kam Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salden damit weil sein Rufen vor mich gekommen ist sobald nun Samuel den Saul sah ließ ihn der Herr wissen siehe das ist der Mann von dem ich dir gesagt habe daß er über mein Volk herrschen soll und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach sage mir doch wo ist hier das Haus des Seers und Samuel antwortete dem Saul und sprach ich bin der Seher geh vor alles was in deinem Herzen ist will ich dir sagen um die Eselinnen aber die dir vor drei Tagen verloren gegangen sind sorge dich nicht denn sie sind gefunden und wem gehört alles begehrenswerte in Israel nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters da antwortete Saul und sprach bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste Samuel aber nahm Saul samt seinem Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen deren Zahl war etwa dreißig Mann und Samuel sprach zu dem Koch gib das Stück her das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl du solltest es beiseite legen da trug der Koch die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor und Samuel sprach siehe das ist aufgehoben worden lege es dir vor und ist denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden als ich sagte ich habe das Volk eingeladen so aß Saul mit Samuel an jenem Tag und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach und sie standen früh auf und es auf so will ich dich begleiten da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus er und Samuel und als sie gerade am Ende der Stadt hinab stiegen sprach Samuel zu Saul sage dem Burschen daß er uns voraus gehen soll und er ging voraus du aber stehe jetzt still damit ich dich das Wort Gottes hören lasse Kapitel 10 da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küßte ihn und sprach hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt wenn du heute von mir weggehst wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin bei Zelzach die werden zu dir sagen die Eselinnen sind gefunden die du suchen gegangen bist und siehe dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht was soll ich wegen meines Sohnes tun und wenn du von dort weiter gehst wirst du zur Terebinte Tabor kommen dort werden dich drei Männer antreffen die zu Gott nach Betel hinauf gehen einer trägt drei Böcklein der andere drei Laibe Brot der dritte einen Schlauch mit Wein und sie werden dich grüßen und dir zwei Brote geben die sollst du aus ihrer Hand annehmen danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen wo der Posten der Philister steht und sobald du dort in die Stadt kommst wird dir eine Schar Propheten begegnen die von der Höhe herab kommen und vor ihnen her Psalter und Hand pauken und flöten und harfen sie aber werden weissagen da wird der Geist des Herrn über dich kommen so daß du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind so tue was deine Hand vor findet denn Gott ist mit dir du sollst aber vor mir nach Gilgal hinab gehen und siehe dort will ich zu dir hinab kommen um Brandopfer zu Opfern und Friedensopfer zu schlachten sieben Tage lang sollst du warten bis ich zu dir komme und dir zeige was du tun sollst als er sich nun umwandte um von Samuel weg zu gehen da verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein denn als sie dort an den Hügel kamen siehe da begegnete ihm eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn so dass er in ihrer Mitte weiss sagte als aber die welche ihn zuvor gekannt hatten sahen dass er mit den Propheten weiss sagte sprach das Volk untereinander was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen ist Saul auch unter den Propheten da antwortete ein Mann von dort und sprach und wer ist ihr Vater daher kommt das Sprichwort ist Saul er auf die Höhe und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinem Burschen wo seid ihr hingegangen sie antworteten die Eselinnen zu suchen und als wir sahen dass sie nicht da waren gingen wir zu Samuel da sprach Sauls Onkel teile mir doch mit was euch Samuel sagte Saul antwortete seinem Onkel er sagte uns daß die Eselinnen gefunden seien was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte das verriet er ihm nicht Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mitzpah und er sprach zu den Kindern Israels so spricht der Herr der Gott Israels ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche die euch bedrängten ihr aber habt heute euren Gott verworfen der euch wohl an so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ wurde das Geschlecht Matris durchs Los getroffen und dann wurde Saul getroffen der Sohn des Kis und sie suchten ihn aber er wurde nicht gefunden da fragten sie den Herrn weiter kommt der Mann noch hierher der Herr antwortete siehe er hat sich bei den Geräten versteckt da liefen sie hin und holten ihn von dort und als er unter das Volk trat da überragte er alles Volk um Hauptes Länge und Samuel sprach zu dem ganzen Volk da seht ihr den welchen der Herr erwählt hat denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen es lebe der König Samuel aber verkündigte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn danach entließ Samuel alles Volk jeden in sein Haus auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea und mit ihm gingen die Tapferen deren Herz Gott angerührt hatte etliche Söhne Belial aber sprachen wie sollte der uns retten und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke doch er tat als hörte er es nicht Kapitel 11 und Nahas der Ammoniter zog herauf und belagerte Jabes in Gilead da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas schließe einen Bund mit uns so wollen wir dir dienen aber Nahas der Ammoniter antwortete ihnen unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen daß ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm gib uns sieben Tage Frist daß wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels wenn es dann niemand gibt der uns rettet so wollen wir zu dir hinaus gehen da kamen die Boten nach Gibea Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte und siehe da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach was hat das Volk das es weint da erzählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes da kam der Geist Gottes über Saul als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen wer nicht auszieht Saul und Samuel nach mit dessen Rindern wird man es genauso machen da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk so daß sie auszogen wie ein und sie sprachen zu den Boten die gekommen waren so sollt ihr zu den Männern von Jabez in Gilead sagen morgen soll euch Rettung zuteil werden wenn die Sonne am heißesten scheint als die Boten kamen und dies den Männern von Jabez verkündigten da wurden sie froh und die Männer von Jabez sprachen morgen wollen wir zu euch hinaus kommen dann könnt ihr mit uns tun was euch gefällt und es geschah am anderen morgen da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter bis der Tag am heißesten war die übrig gebliebenen aber wurden so versprengt daß nicht zwei von ihnen beieinander blieben da sprach das Volk zu Samuel wer sind die welche sagten sollte Saul diesem Tag niemand sterben denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel Samuel sprach zum Volk kommt lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer Israels freuten sich Samuel aber sprach zu ganz Israel siehe ich habe eurer Stimme gehorcht in allem was ihr mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt und nun siehe da geht euer König vor euch her ich aber bin alt und grau geworden und siehe meine Söhne sind bei euch ich aber bin vor euch her gegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag hier bin ich legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen wen habe ich übervorteilt wen habe ich misshandelt von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen daß ich ihm zu Liebe ein Auge zudrückte so will ich es euch erstatten sie sprachen du hast uns nie übervorteilt noch uns unterdrückt noch von jemand Hand irgendetwas genommen er sprach der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag daß ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt und sie sprachen er ist Zeuge und Samuel sprach zum Volk der Herr ist es der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat so tretet nun her daß ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn die er an euch und an euren Vätern getan hat als Jakob nach Ägypten gekommen war da schrien eure Väter zum Herrn und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen aber sie vergaßen den Herrn ihren Gott und er verkaufte sie unter ab die kämpften gegen sie sie aber schrien zum Herrn und sprachen wir haben gesündigt daß wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde so wollen wir dir dienen da sandte der Herr Jerub Baal und Bedan und Jephtar und Samuel und errettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ anzog da sprach ihr zu mir nein sondern ein König soll über uns herrschen obwohl doch der Herr euer Gott euer König ist und nun seht da ist euer König den ihr erwählt den ihr begehrt habt denn siehe der Herr hat einen König über euch gesetzt wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und dem Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid und wenn nur ihr und euer König der über euch herrscht dem Herrn eurem Gott nachfolgt wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht sondern dem Befehl des Herrn widerspenstig seid so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter jetzt aber tretet herzu und seht was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird ist nicht jetzt die Weizenernte ich aber will den Herrn anrufen daß er es donnern und regnen lässt damit ihr erkennt und einseht daß eure Bosheit groß ist die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt indem ihr vor euch einen König begehrt habt da rief Samuel den Herrn an und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr und das ganze Volk sprach zu Samuel bitte den Herrn deinen Gott für deine Knechte damit wir nicht sterben denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt daß wir für uns einen König begehrten Samuel aber sprach zum Volk fürchtet euch nicht ihr habt zwar all dieses Böse getan doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn reicht nicht ab zu den nichtigen Götzen sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten denn sie sind nichtig der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen denn es hat dem Herrn gefallen euch zu seinem Volk zu machen es sei aber auch ferne von mir mich an dem Herrn zu versündigen daß ich aufhören sollte für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen denn seht wie mächtig er sich an euch erwiesen hat wenn ihr aber dennoch böses tut so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden kapitel 13 saul war ein jahr König gewesen und nachdem er zwei jahre über israel regiert hatte da erwählte sich saul dreitausend mann aus israel davon waren zweitausend mit saul in mich maß und auf dem bergland von betel und eintausend mit jonathan in gibia benjamin das übrige volk aber ließ er gehen jeden in sein zelt und jonathan schlug den wachtposten war und die philister hörten es saul aber ließ im ganzen land das schofahorn blasen und sagen die hebräer sollen es hören und ganz israel hörte sagen saul hat den philister posten geschlagen auch hat sich israel bei den philistern verhasst gemacht und das volk wurde zusammen gerufen um saul nach gilgal zu folgen die philister versammelten sich aber um gegen israel zu kämpfen dreißig tausend streitwagen sechstausend reiter und kriegsvolk so zahlreich wie der sand am ufer des meeres die zogen herauf und lagerten sich bei michmas östlich von bet aven als nun die männer von israel sahen daß sie in not waren denn das volk war bedrängt da versteckte sich das volk in höhlen und dickichten in felsklüften gewölben und zisternen saul aber war noch in gilgal und das ganze volk hinter ihm war verzagt und er wartete sieben tage lang bis zu der von samuel bestimmten zeit aber samuel kam nicht nach gilgal und das volk verließ ihn und zerstreute sich da sprach saul bringt das brandopfer und die friedensopfer zu mir und er brachte das brandopfer da und es geschah als er gerade damit fertig war das brandopfer darzubringen siehe da kam samuel da ging saul hinaus ihm entgegen um ihn zu grüßen samuel aber sprach was hast du getan saul antwortete als ich sah daß das volk mich verließ und sich zerstreute und daß du nicht kamst zu bestimmten zeit und daß die Philister bei mich versammelt waren da sprach ich nun werden die Philister zu mir nach gilgal herab kommen und ich habe das angesicht des herrn noch nicht erbeten da wagte ich und brachte das brandopfer dar samuel aber sprach zu saul du hast töricht gehandelt du hast das gebot des herrn deines gottes das er dir geboten hat nicht gehalten denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über israel auf ewig bestätigt nun aber wird dein Königtum keinen bestand haben der herr hat sich einen mann nach seinem herzen ausgesucht dem hat der herr geboten über sein volk fürst zu sein weil du nicht gehalten hast was dir der herr gebot und samuel machte sich auf und ging von gilgal hinauf nach gibea benjamin saul aber musterte das volk das noch bei ihm war etwa 600 man und saul und sein sohn jonathan und das volk das noch bei ihm war lagen in gibea benjamin die philister aber hatten sich bei mich maske lagert und der verheerungszug zog in drei abteilungen aus dem lager der philister aus die eine abteilung nahm den weg nach ofra nach dem gebiet von schual hin die andere abteilung aber nahm den weg nach bet horon und die dritte den weg zu dem gebiet das über das tal zeboim hinweg zur wüste hinunter blickt aber im ganzen land israel war kein schmied zu finden denn die philister hatten gesagt damit sich die hebräer nicht schwerter und speere machen so mußte ganz israel zu den philistern hinab gehen wenn jemand seine pflugschar seinen spaten sein beil oder seine sichel zu schärfen hatte das schärfen kostete einen zwei drittel schäkel bei den pflugscharen und den spaten und für die gabel und bei den beilen und um die ochsen stachel gerade zu richten und so kam es daß am tag der schlacht weder schwert noch speer zu finden war in der hand des ganzen volkes das mit saul und jonathan war nur für saul und seinen sohn jonathan war etwas vorhanden und ein vorposten der philister rückte bis zum pass von michmas vor kapitel 14 und es geschah eines tages daß jonathan der sohn sauls zu seinem waffenträger sprach komm lass uns hinüber gehen zu dem vorposten der philister der dort drüben ist seinem vater aber sagte er es nicht saul aber saß an der grenze von gibia unter einem granatbaum der bei hundert man und achia der sohn achitubs ikabots bruder der sohn des pinnehas des sohnes elis der priester des herrn in silo trug das efort das volk aber wußte nicht daß jonathan weggegangen war nun gab es zwischen den pessen wo jonathan zum vorposten der philister hinüber zu gehen suchte eine felszacke diesseits und eine felszacke jenseits der name der und jonathan sprach zu seinem waffenträger komm laß uns zu dem posten dieser unbeschnittenen hinüber gehen vielleicht wird der herr durch uns wirken denn es ist dem herrn nicht schwer durch viele oder durch wenige zu retten da antwortete ihm sein waffenträger tue alles was in deinem herzen ist geh nur hin siehe ich bin mit dir wie dein herzes will da sprach jonathan siehe wir werden zu den leuten hinüber kommen und wollen uns ihnen zeigen wenn sie dann zu uns sagen bleibt stehen bis wir zu euch kommen so wollen wir an unserem ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinauf steigen wenn sie aber sagen kommt zu uns herauf so wollen wir zu ihnen hinauf steigen denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen als sie sich nun beide dem posten der philister zeigten sprachen die philister siehe die hebräer kommen aus den löchern heraus in denen sie sich verkrochen hatten und die Männer die auf posten standen riefen jonathan und seinem waffenträger und sprachen kommt herauf zu uns so wollen wir euch etwas lehren da sprach jonathan zu seinem waffenträger steige mir nach denn der herr hat sie in die hand israels gegeben und jonathan kletterte auf händen und füßen hinauf und sein waffenträger ihm nach und jene fielen vor jonathan und sein waffenträger hinter ihm tötete sie so daß jonathan und sein waffenträger in diesem ersten gefecht auf ungefähr einer halben furchenlänge eines joches ackerland an die zwanzig man erschlugen und es entstand ein schrecken im heerlager auf dem feld und unter dem ganzen volk sogar die welche auf posten standen und der verheerungs zug erschraken und die erde erbebte und so entstand ein schrecken gottes und die späher sauls in gibea benjamin schauten aus und siehe das getümmel wogte hin und her da sprach saul zu dem volk das bei ihm war zählt doch und seht wer von uns weg gegangen ist und als sie zählten siehe da fehlten jonathan und sein waffenträger da sprach saul zu achia bringe die lade gottes herbei denn die lade gottes war zu der zeit bei den kindern israels und während saul noch mit dem priester redete wurde das getümmel im heerlager der philister immerfort größer da sagte saul zum priester laß es bleiben und saul und das ganze volk das bei ihm war wurden aufgeboten und als sie zum kampf hinzukamen siehe da war das schwert eines jeden philisters gegen den anderen es herrschte die größte verwirrung auch die hebräer die zuvor bei den philistern gewesen sind und mit ihnen von rings umher ins lager hinaufgezogen waren wandten sich zu den israeliten die mit saul und jonathan waren auch alle männer von israel die sich auf dem bergland efraim verkrochen hatten hörten daß die philister flohen und sie setzten jenen im kampf nach so rettete der herr an jenem tag israel und der kampf wogte bis bet avon hinüber die männer israels waren aber sehr angestrengt an jenem tag und saul beschwor das volk und sprach verflucht sei der mann der speise ist bis zum abend bis ich mich an meinen feinden gerecht habe da nahm niemand im volk eine speise zu sich das ganze land aber kam gerade in die zeit der honig ernte und honig befand sich auf dem freien feld als nun das volk zu den honig waben kam siehe da floß der honig aber niemand nahm davon etwas mit der hand zu seinem mund denn das volk fürchtete sich vor dem schwur jonathan aber hatte es nicht gehört als sein vater das volk beschwor und er streckte die spitze seines stabes aus den er in seiner hand hatte und tauchte ihn in eine honig wabe und nahm eine handvoll in den mund da wurden seine augen munter aber einer aus dem volk ergriff das wort und sprach dein vater hat das volk feierlich beschworen und gesagt verflucht sei der mann der heute speise ist das volk aber war ermattet da sprach jonathan mein vater hat das land ins unglück gebracht seht doch wie munter meine augen geworden sind weil ich ein wenig von diesem honig zu mir genommen habe ach wenn doch das volk heute ungehindert von der beute seiner feinde gegessen hätte die es gefunden hat wäre dann die niederlage der philister nicht noch größer geworden und das volk fiel über die beute her und sie nahmen schafe und rinder und kälber und schlachteten sie auf der erde und das volk aß das fleisch mit dem blut und man berichtete dies dem saul und sprach siehe das volk versündigt sich an dem herrn in dem es mit samt dem blut ist er sprach ihr habt treulos gehandelt wälzt sofort einen großen stein zu mir her und saul sprach weiter zerstreut euch unter das volk und sagt ihnen daß jedermann seinen Ochsen und sein schaf zu mir dem herrn versündigt indem er das fleisch mit dem blut eßt da brachte das ganze volk jeder was er zur hand hatte in jener nacht herzu und schlachtete es dort und saul baute dem herrn einen altar das war der erste altar den er dem herrn baute und saul sprach laßt uns bei nacht hinab ziehen den philistern nach und sie berauben bis es heller morgen wird und niemand von ihnen übrig lassen sie antworteten tue alles was gut ist in deinen augen aber der priester sprach laßt uns hier zu gott nahen und saul fragte gott soll ich hinab ziehen den philistern nach willst du sie in die hand israels geben aber er antwortete ihm nicht an jenem tag da sprach saul es sollen alle häupter des volkes herzutreten und erforschen und sehen an wem heute diese schuld liegt denn so war der herr lebt der israel gerettet hat wenn sie auch an meinem sohn jonathan wäre so soll er gewiß sterben da antwortete ihm niemand vom ganzen volk und er sprach zu ganz israel ihr sollt auf jene seite treten ich und mein sohn jonathan wollen auf dieser seite sein dem gott israels gibt daß die wahrheit offenbar wird da wurden jonathan und saul getroffen aber das volk ging frei aus saul sprach werf das los über mich und meinen sohn jonathan da wurde jonathan getroffen und saul sprach zu jonathan sage mir was hast du getan und jonathan sagte es ihm und sprach ich habe nur ein wenig honig gekostet mit der spitze des stabes den und siehe ich soll sterben da sprach saul gott tue mir dies und das jonathan du mußt gewißlich sterben aber das volk sprach zu saul sollte jonathan sterben der israel diese große rettung verschafft hat das sei ferne so war der herr lebt es soll kein haar von seinem haupt auf die erde fallen denn er hat an diesem tag mit gott gewirkt so erlöste und schlug amalek und errettete israel aus der hand derer die sie beraubten und die söhne sauls waren jonathan jeschwe und malkischua und von seinen zwei töchtern hieß die erstgeborene mirab und die jüngere michal und die frau sauls hieß achinoam sie war eine tochter des ahima und sein herführer hieß abner ein sohn näherst des onkels sauls kis aber der vater sauls und näher der vater abners waren söhne abiels der krieg gegen die philister war heftig solange saul lebte und wenn saul einen starken und tapferen mann sah nahm er ihn zu sich kapitel 15 samuel aber sprach zu saul der herr hat mich gesandt um dich zum könig über israel zu salben so höre nun auf die stimme der ich will strafen was amalek an israel tat indem er sich ihm in den weg stellte als es aus ägypten herauf zog so ziehe nun hin und schlage amalek und vollstrecke den bann an allem was er hat und schone ihn nicht sondern töte männer und frauen kinder und säuglinge rinder und schafe kamele und esel da bot saul das volk auf und musterte sie bei tela ihm etwa zweihunderttausend mann fußvolk und zehntausend mann aus juda und saul kam zu der stadt amaleks und legte einen hinterhalt im tal und saul ließ den kenitern sagen geht fort weicht zieht weg aus der mitte der amalek damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe denn ihr habt gnade an allen kindern israels erwiesen als sie aus amalek weg da schlug saul amalek von hevila an bis nach schur das östlich von ägypten liegt und er nahm agak den könig von amalek lebendig gefangen dagegen vollstreckte er den bann an dem ganzen volk mit der schärfe des schwertes und saul und das volk verschonten agak und die besten schafe und rinder und das vieh vom zweiten wurf und die mast schafe und alles was wertvoll war und sie wollten den bann an ihnen nicht vollstrecken alles vieh aber das wertlos und schwächlich war an dem vollstreckten sie den bann da erging das wort des herrn an samuel es reut mich daß ich saul zum könig gemacht habe denn er hat sich von mir abgewandt und meine worte nicht erfüllt darüber entbrannte samuel und er schrie zum herrn die ganze nacht und samuel machte sich früh auf um saul am morgen zu begegnen und es wurde dem samuel berichtet saul ist nach karmel gekommen und siehe er hat sich ein denkmal aufgerichtet danach hat er eine schwenkung gemacht ist hinüber gezogen und nach gilgal hinab gestiegen als nun samuel zu saul kam sprach saul zu ihm gesegnet seist du vom herrn ich habe das wort des herrn erfüllt samuel aber antwortete und was ist das für ein blöken von schafen in meinen ohren und brüllen von rindern das ich da höre und saul sprach man hat sie von den amalekitern her gebracht denn das volk verschonte die besten schafe und rinder um sie dem herrn deinem gott zu opfern an dem übrigen haben wir den bann voll streckt samuel aber antwortete dem saul halte still und ich will dir sagen was der herr diese nacht zu mir geredet hat er sprach zu ihm rede und samuel sprach ist es nicht so als du klein warst in deinen augen wurdest du das haupt der stämme israels und der herr salbte dich den bann an den sündern an den amalekitern und bekämpfe sie bis du sie ausgerottet hast warum hast du denn der stimme des herrn nicht gehorcht sondern bist über die beute hergefallen und hast getan was böse ist in den augen des herrn und saul antwortete dem samuel ich habe doch der stimme des herrn gehorcht und bin den weg gezogen den mich der herr sandte und habe agag den könig von amalek her gebracht und an den amalekitern den bann voll streckt aber das volk hat von der beute genommen schafe und rinder das beste des gebannten um es dem herrn deinem gott in gilgal zu opfern samuel aber sprach zu saul hat der herr dasselbe wohl gefallen an schlacht opfern und brand opfern wie daran daß man der stimme des herrn gehorcht siehe gehorsam ist besser als schlacht opfer und volksamkeit besser als das fett von widdern denn ungehorsam ist wie die sünde der wahrsagerei und widerspenstigkeit ist wie abgötterei und götzendienst weil du nun das wort des herrn verworfen hast so hat er dich verworfen daß du nicht mehr könig sein sollst da sprach saul zu samuel ich habe gesündigt daß ich den befehl des herrn und deine worte übertreten habe denn ich fürchtete das volk und gehorchte seiner stimme nun aber vergib mir doch meine sünde und kehre mit mir um damit ich den herrn anbete samuel sprach zu saul ich will nicht mit dir um kehren denn du hast das wort des herrn verworfen und der herr hat dich verworfen daß du nicht mehr könig über israel sein sollst und samuel wandte sich ab und wollte gehen da ergriff er ihn beim zipfel seines obergewandes so daß dieser abriß da sprach samuel zu ihm der herr hat heute das königreich israel von dir abgerissen und es deinem nächsten gegeben der besser ist als du auch kein mensch daß er etwas bereuen müßte er aber sprach ich habe gesündigt nun aber ehre mich doch vor den ältesten meines volkes und vor israel und kehre mit mir um damit ich den herrn deinen gott anbete da kehrte samuel um und folgte saul und saul betete den herrn an samuel aber sprach bringt agag den könig von amalek zu mir her und agag kam gebunden zu ihm und agag sprach fürwahr die bitterkeit des todes ist gewichen samuel sprach wie dein schwert frauen ihrer kinder beraubt hat so soll auch deine mutter ihrer kinder beraubt werden vor allen frauen und samuel hieb agag in stücke vor dem herrn in gilgal und samuel ging nach rama saul aber zog in sein haus hinauf und samuel sah saul nicht mehr bis zum tag seines todes denn samuel trug leid um saul den herrn aber reute es daß er saul zum könig über israel gemacht hatte kapitel sechzehn und der herr sprach zu samuel bis wann trägst du noch leid um saul da ich ihn doch verworfen habe daß er nicht mehr könig sein soll über israel fülle senden denn unter seinen söhnen habe ich mir einen könig außer sehen samuel aber sprach wie soll ich hingehen wenn saules erfährt so wird er mich töten und der herr sprach nimm eine junge kuh mit dir und sprich ich bin gekommen um dem herrn zu opfern und du sollst isai zum schlachtopfer einladen ich aber will dir zeigen was du tun sollst so samuel machte es so wie es ihm der herr gesagt hatte und begab sich nach bethlehem da kamen die ältesten der stadt ihm zitternd entgegen und sprachen bedeutet dein kommen frieden er sprach ja frieden ich bin gekommen um dem herrn zu opfern heiligt euch und kommt mit mir zum schlachtopfer und er heiligte isai und seine söhne und lud sie zum schlachtopfer ein und es geschah als sie hereinkamen da sah er eliab an und dachte gewiß ist hier vor dem herrn sein gesalbter aber der herr sprach zu samuel schaue nicht auf sein aussehen noch auf seinen hohen wuchs denn ich habe ihn verworfen denn der herr sieht nicht auf das worauf der mensch sieht denn der mensch sieht auf das was vor augen ist der herr aber sieht das herz an da rief isai den abinadab und ließ ihn vor samuel vorüber gehen und er sprach diesen hat der herr auch nicht erwählt da ließ isai den schammer vorüber gehen er aber sprach diesen hat der herr auch nicht erwählt so ließ isai sieben seiner söhne vor samuel vorüber gehen aber samuel sprach zu isai der herr hat keinen von ihnen erwählt und samuel fragte den isai sind das alle jungen männer er aber sprach der jüngste ist noch übrig und siehe er hütet die schafe da sprach samuel zu isai sende hin und laß ihn holen denn wir werden uns nicht zu tisch setzen bis er hierher kommt da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich mit schönen augen und von gutem aussehen und der herr sprach auf salbe ihn denn dieser ist da nahm samuel das ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen brüdern und der geist des herrn kam über david von diesem tag an und weiterhin samuel aber machte sich auf und ging nach rama aber der geist des herrn wich von saul und ein böser geist von dem herrn gesandt schreckte ihn da sprachen sauls knechte zu ihm siehe doch ein böser geist von gott pfleg dich zu schrecken unser herr sage doch deinen knechten die vor dir stehen daß sie einen mann suchen der auf der harfe zu spielen versteht damit er wenn der böse geist von gott über dich kommt mit bringt ihn zu mir da antwortete einer der burschen und sprach siehe ich habe einen sohn isai des betlehemiten gesehen der das seitenspiel versteht und auch ein tapferer mann ist und tüchtig zum kampf verständig in seiner rede und schön und der herr ist mit ihm da sandte saul boten zu isai und ließ ihm sagen sende deinen sohn david der bei den schafen ist zu mir da nahm isai einen esel beladen mit brot und einen schlauch wein und ein ziegenböcklein und sandte es saul durch seinen sohn david so kam david zu saul und diente ihm und er gewann ihn sehr lieb und er wurde sein waffenträger und saul sandte zu isai und ließ ihm sagen laß doch david vor mir bleiben denn er hat gnade gefunden vor meinen augen wenn nun der böse geist von gott über saul kam so nahm david die harfe und spielte mit seiner hand und saul fand erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse geist wich von ihm kapitel 17 die philister aber zogen ihre heere zum kampf zusammen und versammelten sich bei soho in juda und sie lagerten auch saul und die männer von israel sammelten sich und schlugen ihr lager im terribintental auf und sie rüsteten sich zum kampf gegen die philister und die philister standen am jenseitigen berg die israeliten aber am diesseitigen berg und das tal lag zwischen ihnen da trat aus dem lager der philister ein vorkämpfer hervor mit namen goliath aus gatt der war sechs ellen und eine spanne groß er hatte einen ehrenen helm auf seinem kopf und trug einen schuppen panzer und das gewicht seines panzers betrug fünftausend schäkel erz und er hatte ehren schienen an seinen beinen und einen ehrenen wurf spieß auf dem rücken und der schaft seines speeres war wie ein weber baum und die spitze seines speeres wog und rief den schlachtreihen israels zu und sprach zu ihnen weshalb seid ihr ausgezogen um euch für den kampf zu rüsten bin ich nicht ein philister und ihr seid sauls knechte erwählt euch einen mann der zu mir herab kommen soll wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt so wollen wir eure knechte sein wenn ich aber im kampf mit ihm siege und ihn erschlage so sollt ihr unsere knechte sein und uns dienen und weiter sprach der philister ich habe am heutigen tag die schlachtreihen israels verhöhnt gebt mir einen mann und lasst uns miteinander kämpfen als saul und ganz israel diese worte des philisters hörten entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr david aber war der sohn jenes ephratitas aus betlehem juda der isai hieß und acht söhne hatte dieser mann war zu sauls zeiten schon alt und betagt unter den männern und die drei ältesten söhne isais waren mit saul in den krieg gezogen und von den drei söhnen die in den krieg gezogen waren hieß der erste eliab der zweite abinadab und der dritte shama david aber war der jüngste als seines vaters zu hüten der philister aber kam morgens und abends her und stellte sich vierzig tage lang hin isai aber sprach zu seinem sohn david nimm doch für deine brüder dieses eva geröstetes korn und diese zehn brote und bringe sie schnell zu deinen brüdern ins lager und diese zehn stück käse bringe dem obersten über ihre tausendschaft und sieh nach deinen brüdern ob es ihnen gut geht und bringe ein zeichen von ihnen mit saul und sie und alle männer von israel sind nämlich im terribintental und kämpfen gegen die philister da machte sich david am morgen früh auf und überließ die schafe einem hüter und er nahm die geschenke und ging hin wie isai ihm geboten hatte und er kam zur wagenburg als das heer gerade ausgezogen war um sich in der schlacht reihe aufzustellen und sie das kriegsgeschrei erhoben hatten und israel und die philister stellten sich auf eine schlacht reihe gegen die andere da ließ david die sachen die er trug unter der hand des gepäck hüters und lief zur schlacht reihe und er ging hinein und fragte seine brüder nach ihrem wohlergehen während er noch mit ihnen redete siehe da kam der vorkämpfer mit namen goliath der philister aus gatt aus den schlacht reihen der philister herauf und redete wie zuvor so daß david es hörte aber alle männer von israel flohen vor dem mann sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr und die männer von israel sprachen habt ihr diesen mann gesehen der da herauf kommt denn er ist aufgetreten um israel zu verhöhnen darum wer ihn schlägt den will der könig sehr reich belohnen und ihm seine tochter geben und er will sein vater haus in israel freimachen da redete david zu den männern die bei ihm standen und sprach was wird dem mann zuteil werden der diesen philister schlägt und die schande von israel abwendet denn wer ist dieser philister dieser unbeschnittene daß er die schlacht reihen des lebendigen gottes verhöhnt da redete das volk wie zuvor zu ihm und sprach das wird dem mann zuteil werden der ihn schlägt aber Eliab sein ältester bruder hörte ihn mit den hast du dort in der wüste die wenigen schafe gelassen ich kenne deine vermessenheit und die bosheit deines herzens wohl denn nur um den kampf zu sehen bist du herab gekommen david antwortete was habe ich denn jetzt getan es war ja nur ein Wort und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage da antwortete ihm das volk wie zuvor und als man die Worte hörte die david sagte meldete man es dem saul und er ließ ihn holen und david sprach zu saul niemand soll seinetwegen den mut sinken lassen dein knecht wird hingehen und mit diesem philister kämpfen saul aber sprach zu david du kannst nicht hingehen um gegen diesen philister zu kämpfen denn du bist noch ein knabe dieser aber ist ein kriegsmann von jugend auf david aber sprach zu saul dein knecht hütete die schafe seines vaters wenn nun ein löwe oder ein bär kam und ein schaf von der herde hinweg trug dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem rachen und wenn er sich gegen mich erhob ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn sowohl den löwen als auch den bären hat dein knecht erschlagen und dieser philister dieser unbeschnittene soll wie einer von jenen sein denn er hat die schlacht reihen des lebendigen gottes verhöhnt weiter sprach david der herr der mich von dem löwen und bären errettet hat er wird mich auch von diesem philister erretten und saul sprach zu david geh hin und der herr sei mit dir und saul legte david seine rüstung an und setzte einen ehren helm auf seinen kopf und legte ihm einen schuppenpanzer um danach gürtete david sein schwert über seine kleider und bemühte sich zu gehen denn er hatte es noch nicht versucht da sprach david zu saul ich kann darin nicht gehen denn ich bin es nicht gewohnt und david legte es von sich ab und er nahm seinen stab in die hand und er wählte sich fünf glatte steine aus dem bach und legte sie in die hirtentasche die er hatte und zwar in die schleuder steintasche und er nahm seine schleuder zur hand und näherte sich dem philister und der philister kam auch daher und näherte sich david und sein schildträger ging vor ihm her als nun der philister den david sah und anschaute da verachtete er ihn denn er war ein knabe rötlich und von schöner gestalt und der philister sprach zu david bin ich denn ein hund daß du mit stöcken zu mir kommst und der philister fluchte david bei seinen göttern und der philister sprach zu david komm her zu tieren des feldes geben david aber sprach zu dem philister du kommst zu mir mit schwert und mit speer und mit wurf spieß ich aber komme zu dir im namen des herrn der heerscharen des gottes der schlacht reihen israels die du verhöhnt hast an diesem heutigen tag wird dich der herr in meine hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen kopf von dir nehmen und ich werde die leichname des heeres der philister an diesem tag den vögeln unter dem himmel und den wilden tieren der erde geben damit die ganze erde erkennen dass israel einen gott hat und diese ganze gemeinde soll erkennen daß der herrn nicht durch schwert noch spieß hilft denn der kampf ist die sache des herrn und er wird euch in unsere hand geben und es geschah als sich der philister aufmachte und daherkam und sich david näherte da eilte david und lief der schlachtreihe entgegen auf den philister zu und david streckte seine hand in die tasche und nahm einen stein heraus und er schleuderte und traf den philister an seine stirn so daß der stein in seine stirn drang und er auf sein angesicht zur erde fiel so überwand david den philister mit der schleuder und mit dem stein und er erschlug den philister und tötete ihn und weil david kein schwert in seiner hand hatte lief er und trat auf den philister und nahm dessen schwert und zog es aus der scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab als aber die philister sahen daß ihr held tot war flohen sie und die männer von israel und juda machten sich auf und erhoben ein kriegsgeschrei und jagten den philister nach bis man in die ebene kommt und bis zu den toren ekrons und die erschlagenen philister lagen auf dem weg von schaaraim bis nach gath und bis nach ekron und die Söhne israels kehrten von der verfolgung der philister zurück und plünderten ihr lager david aber nahm den kopf des philisters und brachte ihn nach jerusalem seine waffen aber legte er in sein zelt als aber saul sah wie david gegen den philister auszog sprach er zu abner dem herführer abner wessen sohn ist dieser bursche da abner aber sprach so war deine seele lebt o könig ich weiß es nicht der könig sprach so erfrage doch wessen sohn dieser junge mann ist sobald nun david nach der erlegung des philisters zurückkehrte nahm ihn abner und brachte ihn vor saul und der kopf des philisters war in seiner hand und saul sprach zu ihm knabe wessen sohn bist du david sprach ich bin ein sohn deines knechtes isai des betlehemiten kapitel 18 und es geschah als er aufgehört hatte mit saul zu reden da verband sich die seele jonathans mit der seele davids und jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene seele und saul nahm ihn an jenem tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das haus seines vaters zurück kehren jonathan aber und david machten einen bund miteinander denn er hatte ihn lieb wie seine eigene seele und jonathan zog das obergewand aus das er an hatte und gab es david dazu seinen waffenrock sogar sein schwert seinen bogen und seinen gürtel und david zog zum kampf aus überall wohin saul ihn sandte hatte er gelingen so dass saul ihn über die kriegsleute setzte und er gefiel dem ganzen volk wohl auch den knechten sauls es geschah aber als sie heimkamen als david von der schlacht der philister zurückkehrte daß die frauen aus allen städten israels mit gesang und reigen dem könig saul entgegen gingen mit tambourinen mit jubel und mit triangeln und die frauen sangen im reigen und riefen saul hat seine tausende geschlagen david aber seine zehntausende da ergrimmte saul sehr und dieses wort missfiel ihm und er sprach sie haben dem david zehntausende gegeben und mir tausende es fehlt ihm nur noch das königreich und saul blickte neidisch auf david von jenem tag an und fort hin und es geschah daß am folgenden tag der böse geist von gott über saul kam so daß er im haus drinnen raste david aber spielte mit seiner hand auf den seiten wie er es täglich zu tun pflegte und saul hatte einen speer in der hand und saul warf den speer und dachte ich will david an die wand spießen david aber wich ihm zweimal aus und saul fürchtete sich vor david denn der herr war mit ihm von saul aber war er gewichen darum entfernte ihn saul aus seiner umgebung und setzte ihn zum obersten über tausend und er ging vor dem volk aus und ein und david hatte auf allen seinen wegen gelingen und der herr war mit ihm als nun saul sah daß ihm alles gelang scheute er sich vor ihm aber ganz israel und juda hatten david lieb denn er zog aus und ein vor ihnen her und saul sprach zu david siehe meine ältere tochter merab die will ich dir zur frau geben sei mir nur ein tapferer held und führe die kriege des herrn denn saul dachte ich selbst will nicht hand an ihn legen sondern die philister sollen hand an ihn legen david aber antwortete saul wer bin ich und was ist meine herkunft das geschlecht meines die zeit kam daß merab die tochter sauls dem david gegeben werden sollte da wurde sie adriel dem mecholatiter zur frau gegeben aber michael die tochter sauls hatte david lieb als man das saul berichtete war die sache recht in seinen augen und saul sprach ich will sie ihm geben damit sie ihm zum fall strick wird und die hand der philister über ihn kommt und saul sprach zu david mit der zweiten sollst du heute mein schwiegersohn werden und saul gebot seinen knechten redet heimlich mit david und sprecht siehe der könig hat gefallen an dir und alle seine knechte lieben dich so sollst du nun schwiegersohn des königs werden und die knechte sauls redeten diese worte vor den ohren davids david aber sprach ist es etwa in euren augen etwas geringes schwiegersohn des königs zu werden ich bin worte hat david geredet saul sprach so sagt zu david der könig begehrt keine heiratsgabe sondern nur einhundert vorhäute von philistern um sich an den feinden des königs zu rächen aber saul trachtete danach david durch die hand der philister zu fall zu bringen und seine knechte sagten dem david diese worte und es war recht in davids augen schwiegersohn des königs zu werden und noch waren die tage nicht vollendet da machte sich david auf und zog mit seinen männern hin und schlug zweihundert mann unter den philistern und david brachte ihre vorhäute und man legte sie dem könig vollzählig vor damit er schwiegersohn des königs werde da gab ihm saul seine tochter michael zur frau und saul sah und erkannte daß der herr mit david war und michael sauls tochter hatte ihn lieb da fürchtete sich saul noch mehr vor david und saul wurde davids feind sein leben lang und die fürsten der philister zogen in den krieg und es geschah so oft sie in den krieg zogen hatte david mehr gelingen als alle knechte sauls so daß sein name hoch geachtet wurde Kapitel 19 saul aber redete zu seinem sohn jonathan und zu allen seinen knechten daß sie david töten sollten aber jonathan sauls sohn hatte großes wohl gefallen an david darum berichtete jonathan dies dem david und sprach mein vater saul trachtet danach dich zu töten so nimm dich nun morgen in acht und bleibe verborgen und verstecke dich ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem feld stehen wo du bist und ich will mit meinem vater deinetwegen reden und was ich sehe das will ich dir berichten und jonathan redete zu davids gunsten bei seinem vater saul und sprach zu ihm der könig versündige sich nicht an seinem knecht david denn er hat keine sünde gegen dich getan und seine taten sind dir sehr nützlich denn er hat sein Leben aufs spiel gesetzt und den philister erschlagen und der herr hat ganz israel eine große rettung bereitet das hast du gesehen und dich darüber gefreut warum willst du dich denn an unschuldigem blut versündigen indem du david ohne ursache tötest da hörte saul auf die stimme jonathans und saul schwor so war der herr lebt er soll nicht sterben da rief jonathan den david und jonathan berichtete ihm alle diese worte und jonathan brachte david zu saul und er war wieder vor ihm wie zuvor es brach aber wieder ein krieg aus und david zog aus und kämpfte gegen die philister und brachte ihnen eine schwere niederlage bei so daß sie vor ihm flohen und der böse geist vom herrn kam über saul als er in seinem haus saß und den speer in seiner hand hatte david aber spielte mit der hand auf den seiten und saul versuchte david mit dem speer an die wand zu spießen er aber wich saul aus und er stieß den speer in die wand und david floh und entkam in jener nacht da sandte saul boten zu davids haus um ihn zu bewachen und am morgen zu töten mich aber seine frau berichtete es david und sprach wenn du diese nacht nicht deine seele rettest so wirst du morgen umgebracht und mich ließ david durchs fenster hinunter und er ging davon floh und entkam und mich nahm den teraphim und legte ihn auf das bett und legte ein geflecht von ziegenhaaren an sein kopfende und deckte ihn mit kleidern zu da sandte saul boten um david zu holen sie aber sprach er ist krank saul aber sandte die boten nach david zu sehen und sprach bringt ihn samt dem bett zu mir herauf damit ich ihn töte als nun die boten kamen siehe da lag der teraphim im bett und ein geflecht von ziegenhaaren an seinem kopf ende da sprach saul zu mich warum hast du mich so betrogen und meinen feind laufen lassen daß er entkam mich sagte zu saul er sprach zu mir laß mich gehen oder ich töte dich david aber floh und entkam und er ging zu samuel nach rama und teilte ihm alles mit was saul ihm angetan hatte und er ging hin mit samuel und sie blieben in najot es wurde aber dem saul berichtet siehe david ist in najot bei rama da sandte saul boten um david zu holen als sie nun die versammlung der propheten weissagen sahen und samuel der an ihrer spitze stand da kam auf die boten sauls der geist gottes so dass auch sie weissagten als dies saul berichtet wurde sandte er andere boten die weissagten auch da sandte er noch ein drittes mal boten und auch sie weissagten da ging auch er selbst nach rama und als er zu dem großen brunnen kam der in sehu ist fragte er und sprach wo sind samuel und david da wurde ihm gesagt siehe in najot bairama und er ging dorthin nach najot bairama und der geist gottes kam auch auf ihn und er ging weissagend weiter bis er nach najot bairama kam und er zog auch seine obergewänder aus und er weissagte sogar vor samuel und lag ohne obergewand da jenen ganzen Tag und die ganze Nacht kapitel 20 david aber floh von najot bairama und kam und redete mit jonathan was habe ich getan was ist meine schuld und was habe ich vor deinem vater gesündigt daß er mir nach dem leben trachtet er aber sprach zu ihm das sei ferne du sollst nicht sterben siehe mein vater tut nichts weder großes noch kleines daß er nicht meinen ohren offenbaren würde warum sollte denn mein vater dies vor mir verbergen es ist nichts daran und david fuhr fort und schwor dein vater weiß genau daß ich gnade vor deinen augen gefunden habe darum wird er denken jonathan soll dies nicht erfahren damit er nicht bekümmert ist und wahrlich so wahr der herr lebt und so war deine seele lebt es ist nur ein schritt zwischen mir und dem tod jonathan aber sprach zu david ich will für dich tun was dein herz begehrt und david sprach zu jonathan siehe morgen ist neumond da sollte ich eigentlich mit dem könig zu tisch sitzen laß mich gehen daß ich mich auf dem feld verberge bis zum abend des dritten tages sollte mich dein vater etwa vermissen so sprich david bat mich sehr nach betlehem in seine stadt eilen zu dürfen weil dort das jährliche opfer stattfindet für die ganze familie sagt er es ist gut so bedeutet das frieden für deinen knecht wird er aber sehr zornig so wisse daß böses bei ihm beschlossen ist dann aber erweise Gnade gegen deinen knecht denn du hast mich deinen knecht in einen buntes herrn treten lassen wenn aber eine schuld an mir ist so töte du mich warum solltest du mich zu deinem vater bringen und jonathan sprach das sei ferne von dir wenn ich sicher weiß daß es bei meinem vater beschlossene sache ist böses über dich zu bringen sollte ich es dir dann nicht berichten david aber sprach zu jonathan wenn mir nur jemand berichten würde ob dein vater dir eine harte antwort gibt und jonathan sprach zu david komm wir wollen aufs feld hinaus gehen da gingen die beiden aufs feld hinaus und jonathan sprach zu david bei dem herrn dem gott israels wenn ich morgen um diese zeit oder übermorgen meinen vater ausforsche und siehe er ist david wohl gesonnen und dich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen ohren offenbare so tue der herr der bahren und dich weg schicken damit du in frieden hinziehen kannst und der herr sei mit dir wie er mit meinem vater gewesen ist und erzeige die gnade des herrn nicht nur solange ich noch lebe und nicht nur an mir damit ich nicht sterbe sondern entziehe auch meinem haus niemals deine gnade auch dann nicht wenn der herr die feinde davids allesamt vom erdboden ausrotten wird so schloß jonathan einen bund mit dem haus davids für die zeit da der herr rache nehmen würde an den feinden davids und jonathan ließ david nochmals bei seiner liebe zu ihm schwören denn er liebte ihn wie seine eigene seele und jonathan sprach zu ihm morgen ist neumond da wird man dich vermissen denn dein sitz bleibt leer am dritten tag aber komm rasch herab und begib dich an den ort wo du dich am tag der tat verborgen hattest und bleibe neben dem stein asel ich aber will drei pfeile daran vorbeischießen als ob ich nach einem ziel schießen würde und siehe dann werde ich den burschen schicken gehe suche die pfeile rufe ich dann dem burschen zu siehe die pfeile liegen diesseits von dir hole sie so komm denn das bedeutet frieden für dich und keine gefahr so wahr der herr lebt wenn ich aber zu dem jungen man sage siehe die pfeile liegen jenseits von dir so geh denn dann sendet dich der herr fort von dem aber was wir beredet haben ich und du siehe davon ist der herr zeuge zwischen dir und mir ewig so verbarg sich david auf dem feld als aber der neumond kam setzte sich der könig zum mal um zu essen und zwar saß der könig an seinem gewohnten platz an der wand jonathan aber stand auf und abner setzte sich neben saul und davids platz blieb leer saul aber sagte an diesem tag nichts denn er dachte es ist ein zufall er ist nicht rein gewiss ist er nicht rein es geschah aber am tag nach dem neumond als davids platz wieder leer blieb daß saul seinen sohn jonathan fragte warum ist der sohn isais weder gestern noch heute zum essen gekommen da antwortete jonathan dem saul david hat mich dringend gebeten nach betlehem gehen zu dürfen und er sagte laß mich doch hingehen denn wir halten seinen augen gefunden so gib mir doch urlaub daß ich meine brüder sehen kann darum ist er nicht an den tisch des königs gekommen da entbrannte sauls zorn gegen jonathan und er sprach zu ihm du missratener widerspenstiger sohn meinst du ich wüßte nicht daß du den sohn isais erwählt hast zu deiner schande und zur scham und schande deiner mutter denn solange der sohn isais auf erden lebt kannst weder du bestehen noch dein königtum so sende nun hin und laß ihn herbringen zu mir denn er ist ein kind des todes und jonathan antwortete seinem vater saul und sprach zu ihm warum soll er sterben was hat er getan da warf saul den speer nach ihm um ihn zu durchbohren da erkannte jonathan daß es bei seinem vater fest beschlossen war david zu töten und jonathan stand vom tisch auf in glühendem zorn und aß an jenem zweiten tag des neumonds keine speise denn es tat ihm weh um davids willen weil sein vater ihn beschimpft hatte und es geschah am morgen da ging jonathan aufs feld hinaus zu der mit david verabredeten zeit und ein junger bursche war lief schoss er einen pfeil über ihn weg und als der bursche zu der stelle lief wohin jonathan den pfeil geschossen hatte rief ihm jonathan nach und sprach liegt nicht der pfeil jenseits von dir und jonathan rief dem burschen und sprach schnell beeile dich steh nicht still und jonathans bursche hob den pfeil auf und brachte ihn zu seinem herrn doch burschen der bei ihm war seine waffen und sprach zu ihm geh und bringe sie in die stadt sobald nun der bursche weg war erhob sich david von der südlichen seite her und fiel auf sein angesicht und verneigte sich dreimal danach küßten sie einander und weinten zusammen david aber am allermeisten und jonathan sprach zu david geh hin in frieden wie wir beide im namen des herrn geschworen und gesagt haben so sei der herr zeuge zwischen mir und dir zwischen meinem samen und deinem samen ewiglich kapitel 21 und david machte sich auf und ging jonathan aber kam in die stadt und david begab sich nach nop zu dem priester achimelech achimelech aber kam david bestürzt entgegen und sprach zu ihm warum kommst du allein und es ist kein einziger man bei dir david sprach zu achimelech dem priester der könig hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt laß niemand wissen warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe die leute aber habe ich da und dahin bestellt und nun was hast du zur hand gib mir fünf brote oder was sonst vorhanden ist der priester antwortete david und sprach ich habe kein gewöhnliches brot zur verfügung sondern nur heiliges brot wenn die leute sich nur der frauen enthalten haben da antwortete david dem priester und sprach die frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt als ich auszog auch waren die leiber der leute rein obwohl dies ein gewöhnlicher auftrag ist um wie viel mehr werden sie heute am leib rein sein da gab ihm der priester heiliges brot denn es war kein anderes da außer den schaubroten die man von dem angesicht des herrn hinweg getan hatte um warmes brot aufzulegen an dem tag da man sie wegnahm an jenem tag war aber dort vor dem herrn ein mann von den knechten sauls eingeschlossen der hieß doek der edomiter der aufseher über die hirten sauls und david fragte achimelech gibt es nicht irgendeinen speer oder ein schwert bei dir denn ich habe nicht einmal mein schwert und meine waffen zur hand genommen weil die sache des königs solche eile hatte der priester antwortete das schwert goliats des philisters den du im terribintental erschlagen hast siehe das liegt hinter dem efod in ein gewand eingewickelt wenn du das für dich nehmen willst so nimm es denn es ist kein anderes hier außer diesem david sprach es gibt nicht seines gleichen gib es mir und david machte sich auf und floh an jenem tag vor saul und kam zu achis dem könig von gad da sprachen die knechte des achis zu ihm ist das nicht david der könig des landes ist das nicht der von welchem sie im reigen sangen saul hat seine tausende geschlagen david aber seine zehntausende diese worte nahm sich david zu herzen und fürchtete sich sehr vor achis dem könig von gad und er stellte sich wahnsinnig vor ihren augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren händen und kritzelte an die flügel des daß der man verrückt ist was bringt ihr ihn denn zu mir fehlt es mir etwa an verrückten daß ihr diesen mann her gebracht habt damit er bei mir tobt sollte der in mein haus kommen kapitel 22 und david ging von dort weg und entkam in die höhle adulam als daß seine brüder und das ganze haus seines vaters hörten kamen sie dorthin zu ihm hinab und es versammelten sich zu ihm allerlei männer die in not und schulden waren und alle die ein verbittertes herz hatten und er wurde ihr oberster und sie hielten es mit ihm etwa vierhundert mann und david ging von dort nach mit p in moab und sprach zum könig von moab laß doch meinen vater und meine mutter herkommen und bei euch bleiben war aber der prophet gad sprach zu david bleibe nicht auf der bergfeste sondern geh ins land juda und david ging weg und kam in den wald harit und als saul hörte daß david und die männer die bei ihm waren entdeckt worden seien saul aber saß gerade in gibea unter der tamariske auf der anhöhe den speer in der hand und alle seine knechte standen vor ihm da sprach saul zu seinen knechten die vor ihm standen hört doch ihr benjaminiter wird auch der sohn isais euch allen äcker und weinberge geben wird er euch alle zu obersten über tausend und zu obersten über hundert machen daß ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es meinen Ohren offenbarte als mein Sohn einen Bund mit dem gewiegelt hat und mir nachstellt wie es heute offenbar ist da antwortete doeg der edomiter der neben sauls knechten stand und sprach ich sah den sohn isais als er nach nop zu achimelech dem sohn achitubs kam der befragte den herrn für ihn und gab ihm brot und das schwert goliats des philisters gab er ihm auch da sandte der könig hin und sohn achitubs den priester und das ganze haus seines vaters die priester die in nop waren und sie kamen alle zum könig und saul sprach höre doch du sohn achitubs und er antwortete hier bin ich mein herr und saul sprach zu ihm warum habt ihr einen bund gegen mich gemacht du und der sohn isais daß du ihm brot und ein schwert gegeben und antwortete achimelech dem könig und sprach und wer ist unter allen deinen knechten so treu wie david der dazu noch der schwiegersohn des königs ist der zutritt zu deinem geheimen rat hat und in deinem haus so hoch angesehen ist habe ich denn erst heute angefangen gott für ihn zu befragen das sei ferne von mir der könig lege dies weder seinem knecht noch dem ganzen haus meines vaters zur last denn dein knecht hat von alledem nichts gewußt weder kleines noch großes aber der könig sprach du mußt gewißlich sterben achimelech du und das ganze haus deines vaters und der könig sprach zu den läufern die vor ihm standen tretet herzu und tötet die priester des herren denn ihre hand ist auch mit david hand nicht an die priester des herren legen um sie zu erschlagen da sprach der könig zu doeg tritt du herzu und erschlage die priester und doeg der edomiter trat herzu und fiel über die priester her und tötete an jenem tag fünfundachtzig Männer die das leinene efort trugen und nop die stadt der priester schlug er mit der schärfe des schwertes vom mann bis zur frau vom kind bis zum säugling sowie rinder esel und schafe mit der schärfe des schwertes es entkam aber ein sohn achimelechs des sohnes achitubs der hieß apjatar und er floh zu david und apjatar berichtete david daß saul die priester des herrn niedergemacht habe david aber sprach zu apjatar ich wußte wohl an jenem tag als doeg der edomiter dort war daß er es saul gewiß sagen werde ich bin schuldig an allen seelen aus dem haus deines vaters bleibe bei mir und fürchte dich nicht denn der welcher nach meinem leben trachtet der trachtet auch nach deinem leben doch bei mir bist du gut beschützt kapitel 23 es wurde aber dem david berichtet siehe die philister kämpfen gegen kehila und plündern die tennen da fragte david den herrn und sprach soll ich hingehen und diese philister schlagen und der herr sprach zu david geh hin und schlage die philister und rette kehila aber die männer davids sprachen zu ihm siehe wir fürchten uns schon hier in juda und nun sollen wir sogar nach kehila gegen die schlacht reihen der philister ziehen da fragte david den herrn wieder und der herr antwortete ihm und sprach mache dich auf zieh hinab nach kehila denn ich will die philister in deine hand geben so zog david samt seinen männer nach kehila und kämpfte gegen die philister und trieb ihr vieh weg und fügte ihnen eine große Niederlage zu so rettete david die Einwohner von david nach kehila floh da trug er das efort mit sich hinab da wurde saul gesagt da david nach kehila gekommen sei und saul sprach gott hat ihn in meine hand ausgeliefert denn er hat sich selbst eingeschlossen indem er in eine stadt mit toren und riegeln gegangen ist und saul ließ das ganze volk zum krieg zusammen rufen und nach kehila hinab ziehen um lahnte sprach er zu abjatar dem priester bring das efort her und david sprach o herr du gott israels dein knecht hat die zuverlässige nachricht gehört daß saul danach trachtet nach kehila zu kommen und die stadt um meinet willen zu verderben werden die bürger von kehila mich in seine hand ausliefern und wird saul herabkommen wie dein knecht gehört hat das lasse doch deinen knecht wissen o herr du gott israels da sprach der herr er wird herabkommen david sprach werden die bürger von kehila mich und meine männer in sauls hand ausliefern der herr sprach sie werden dich ausliefern da machte sich david auf samt seinen männern etwa sechshundert und sie zogen aus von kehila und gingen wohin berichtet wurde daß david von kehila entkommen sei da ließ er von dem kriegszug ab david aber blieb in der wüste auf den bergfesten und hielt sich im bergland auf in der wüste siff und saul suchte ihn alle tage aber gott gab ihn nicht in seine hand als nun david erfuhr daß saul ausgezogen sei um ihm nach dem leben zu trachten und und stärkte dessen hand in gott und er sprach zu ihm fürchte dich nicht denn die hand meines vaters saul wird dich nicht finden sondern du wirst könig werden über israel und ich will der nächste nach dir sein auch mein vater saul weiß dies wohl und sie machten beide einen bund miteinander vor dem herrn und david blieb in horisha jonathan aber ging wieder heim und die sephiter zogen hinauf zu saul nach gibea und sprachen ist nicht david bei uns verborgen auf den bergfesten in horisha auf dem hügel hachila der zur rechten der wildnis liegt und nun o könig wenn es dir gefällt herab zu kommen so komm herab und wir wollen ihn in die hand des königs aus liefern da sprach saul gesegnet seid ihr von dem herrn daß ihr euch über mich erbarmt habt so geht nun hin und vergewissert euch noch weiter erkundet und seht an welchem ort er sich aufhält und wer ihn dort gesehen hat denn es ist mir gesagt worden daß er sehr listig ist beobachtet und erkundet auch alle Verstecke wo er sich verkriecht und kommt wieder zu mir wenn ihr seiner gewiß seid so will ich mit euch ziehen und es soll geschehen wenn er im land ist so will ich ihn ausfindig machen unter allen tausenden judas da machten sie sich auf und gingen vor saul hin nach siff david aber und seine männer waren in der wüste maon in der ebene südlich von der wildnis als nun saul mit seinen männern hinzog um ihn zu suchen wurde es david berichtet und er ging zu dem felsen hinab und verblieb in der wüste maon als saul dies hörte jagte er david nach in die wüste maon und saul ging auf der einen seite des berges david aber mit seinen männern auf der anderen seite des berges und es geschah als david eilte um saul zu entkommen saul aber umringte gerade da ließ saul von der verfolgung davids ab und zog den philistern entgegen daher nennt man jenen ort den trennungsfelsen kapitel 24 und david zog von dort hinauf und blieb auf den berghöhen von engedi und es geschah als saul von der verfolgung der philister zurückkehrte da wurde ihm berichtet siehe david ist in der wüste von engedi und saul nahm dreitausend auserlesene männer aus ganz israel und zog hin um david samt seinen männern zu suchen auf den steinbock felsen und als er zu den schafhürden am weg kam war dort eine höhle und saul ging hinein um seine füße zu bedecken david aber und seine männer saßen hinten in der höhle da sprachen die männer davids zu ihm und david stand auf und schnitt heimlich einen zipfel von sauls obergewand ab aber es geschah danach da schlug ihm sein herz weil er den zipfel von sauls obergewand abgeschnitten hatte und er sprach zu seinen männern das lasse der herr ferne von mir sein daß ich so etwas tue und meine hand an meinen Herrn den gesalbten des Herrn lege denn er gegen saul zu erheben saul aber machte sich auf aus der höhle und ging seines weges danach machte sich auch david auf und verließ die höhle und rief saul nach und sprach mein herr und könig da sah saul hinter sich und david neigte sein angesicht zur erde und verbeugte sich und david sprach zu saul warum hörst du auf die worte der eigenen augen daß dich der herr heute in der höhle in meine hand gegeben hat und man sagte mir ich solle dich töten aber es war mir leid um dich denn ich sprach ich will meine hand nicht an meinen herrn legen denn er ist der gesalbte des herrn nun sieh mein vater sieh doch den zipfel deines obergewandes in meiner hand da ich nur den zipfel deines obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte so erkenne und sieh daraus daß nichts böses in meiner hand ist auch keine übertretung ich habe auch nicht an dir gesündigt du aber stellst mir nach um mir das leben zu nehmen der herr sei richter zwischen mir und dir und der herr reche mich an dir aber meine hand soll nicht über dir sein wie man nach dem alten sprichwort sagt von den gottlosen kommt gottlosigkeit aber meine hand soll nicht gegen dich sein wen verfolgst du könig von israel wem jagst du nach einem toten hund einem floh der herr sei richter und entscheide zwischen mir und dir und er sehe danach und führe meine sache und verschaffe mir recht von deiner hand und es geschah als david aufgehört nach saul ist das nicht deine stimme mein sohn david und saul erhob seine stimme und weinte und er sprach zu david du bist gerechter als ich denn du hast mir mit gutem vergolten ich aber habe dir mit bösem vergolten und du hast heute bewiesen daß du gutes an mir getan hast weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen der Herr vergelte dir Gutes für das was du heute an mir getan hast und nun siehe ich weiß daß du gewiß König werden wirst und daß das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird so schwöre mir nun bei dem Herrn daß du meinen Samen nach mir nicht ausrotten seines Vaters und David schwor dem Saul da zog Saul heim David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf Kapitel 25 und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Ramah David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran es war aber ein Mann in Maon der hatte sein Gewerbe in Karmel und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß dreitausend Schafe und eintausend Ziegen und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren und der Name dieses Mannes war Nabal der Name seiner Frau aber war Abigail und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter Als nun David in der Wüste hörte daß Nabal seine Schafe scheren ließ da sandte er zehn Burschen aus und sprach zu ihnen geht hinauf nach Karmel und wenn er zu Nabal kommt so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt mögest du lange leben Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem was du hast ich habe eben gehört daß du Schafscherer bei dir hast nun deine Hirten sind bei uns gewesen wir haben ihnen nichts zu leide getan und nicht das geringste haben sie vermisst solange sie in Karmel waren frage deine Burschen deswegen die werden dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden denn wir sind an einem guten Tag gekommen gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David was deine Hand findet und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal dann warteten sie schweigend aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach wer ist David und wer ist der Sohn Isais heutzutage gibt es immer mehr Knechte die ihren Herren davon laufen sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch das ich für meine Scherer geschlachtet habe und es Leuten geben von denen ich nicht weiß woher sie sind da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg und als sie heim kamen berichteten sie ihm alle diese Worte da sprach David zu seinen Männern jeder gürte sein Schwert um und jeder gürtete sein Schwert um und auch David gürtete sein Schwert um und es zogen etwa vierhundert Mann hinauf dem David nach zweihundert aber blieben bei dem Gepäck aber einer der Burschen sagte es Abigail der Frau Nabals und sprach siehe David hat Boten aus der Wüste gesandt um unseren Herrn freundlich zu begrüßen er aber fuhr sie an und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen sie haben uns nichts zu leide getan und wir haben nicht das geringste vermisst solange wir bei ihnen umhergezogen sind als wir auf dem Feld waren sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen bei Tag und bei Nacht die ganze Zeit in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben so bedenke nun und sie was du tun kannst denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus und er ist ein solcher Sohn Belial dass ihm niemand etwas sagen kann da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Schläuche Wein und fünf zubereitete Schafe und fünf Scheffel gedörrtes Korn und einhundert Rosinen Kuchen und zweihundert Feigen Kuchen und lud sie auf und es geschah als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinab zog siehe da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen und so begegnete sie ihnen David aber hatte gesagt für wahr ich habe alles was diesem da in der Wüste gehört umsonst behütet so daß nicht das geringste verloren gegangen ist von allem was ihm gehört und er vergilt mir Gutes mit Bösem Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu wenn ich von allem was dieser hat bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse der an die Wand pisst als nun Abigail David sah stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sie fiel ihm zu Füßen und sprach ach mein Herr auf mir sei diese schuld und laß doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd mein Herr achte doch nicht auf diesen Mann Belial den Nabal denn er ist wie sein Name heißt Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm ich aber deine Magd habe die Burschen meines Herrn die du gesandt hattest nicht gesehen nun aber mein Herr so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt der Herr hat dich daran gehindert zu kommen um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen so sollen nun deine Feinde und die welche meinem Herrn übel wollen werden wie Nabal hier ist nun die Gabe die der Magd meinem Herrn her gebracht hat gib sie den Burschen die meinem Herrn nachfolgen vergib doch deiner Magd die Übertretung denn der Herr wird gewiß meinem Herrn ein beständiges Haus bauen weil er die Kriege des Herrn führt und nichts böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang und wenn sich ein Mensch erheben wird um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn deinem Gott aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne und es wird geschehen wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird nach all dem Guten das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird so wird es dir nicht zum Anstoß sein noch zum Herzens Vorwurf für meinen Herrn daß er ohne Ursache Blut vergossen und daß mein Herr sich selbst geholfen hat wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird so gedenke an deinem Markt da sprach David zu Abigail gelobt sei der Herr der Gott Israels der dich am heutigen Tag mir entgegen gesandt hat und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du daß du mich heute davon zurückgehalten hast in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen denn so war der Herr liebt der Gott Israels der mich daran gehindert hat dir böses zu tun wenn du mir nicht so schnell entgegen gekommen wärst so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben der an die Wand pisst so nahm David von ihrer Hand was sie ihm gebracht hatte und sprach zu ihr zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf siehe ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen als aber Abigail zu Nabal kam siehe da hielt er in seinem Haus ein Mal wie das Mal eines Königs und das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken sie aber sagte ihm nichts weder Kleines noch Großes bis zum hellen Morgen als es aber Tag geworden und der Weinrausch von Nabal gewichen war da berichtete ihm seine Frau diese Dinge da er starb sein Herz in seinem Innern und er wurde wie ein Stein und es geschah nach zehn Tagen da schlug ihn der Herr dass er starb als nun David hörte daß Nabal tot war sprach er gelobt sei der Herr der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten und David sandte hin und warb um Abigail um sie sich zur Frau zu nehmen und als die Knechte Davids zu Abigail nach Kamel kamen redeten sie mit ihr und sprachen David hat uns zu dir gesandt um dich zu seiner Frau zu nehmen da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach sie hier ist deine Magd daß sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr fünf Mägde die er nachfolgen und sie so wurden die beiden seine Frauen Saul aber hatte Michael seine Tochter die Frau Davids dem Falti dem Sohn des Laes aus Galim gegeben Kapitel 26 aber die Siphiter kamen zu Saul nach Gibea und sprachen hält sich nicht David verborgen auf dem Hügel Hachila vor der Wildnis da machte sich Saul auf und zog zur Wüste Siph hinab und mit ihm dreitausend auserlesene Männer aus Israel um David in der Wüste Siph zu suchen und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila der vor der Wildnis liegt am Weg David aber blieb in der Wüste und als er sah dass Saul ihm nachfolgte in die Wüste da sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewißheit dass Saul gekommen war und David machte sich auf und kam an den Ort wo Saul sein Lager hatte und David sah den Ort wo Saul mit seinem Heerführer Abner dem Sohn Nias lag denn Saul lag in der Wagenburg und das Volk lagerte um ihn her da redete David und sprach zu Achimelech dem Hethiter und zu Abizai dem Sohn der Zeruja dem Bruder Joabs so Wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen und Abizai sprach ich will mit dir hinabsteigen So kamen David und Abizai zum Volk bei Nacht und siehe Saul lag da und schlief in der Wagenburg und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopf Ende Abner aber und das Volk lagen um ihn her Da sprach Abizai zu David Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen nur einmal daß ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe David aber sprach zu Abizai verdirb ihn nicht denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben weiter sprach David so war der Herr liebt sicherlich wird der Herr ihn schlagen oder seine Zeit wird kommen daß er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt der Herr aber lasse es fern von mir sein daß ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege so nimm nun den Speer an seinem Kopf Ende und den Wasserkrug und lass uns gehen so nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopf Ende Sauls und sie gingen weg und es war niemand der es sah als nun David auf die andere Seite hinüber gegangen war stellte er sich von ferne auf die Spitze des Berges so daß ein weiter Raum zwischen ihnen war und David rief dem Volk und Abner dem Sohn näherst zu und sprach hörst du nicht Abner und Abner antwortete und sprach wer bist du daß du dem König so zurufst und David sprach zu Abner bist du nicht ein Mann und wer ist dir gleich in Israel warum hast du denn deinen Herrn den König nicht bewacht denn es ist einer vom Volk hineingekommen um deinen Herrn den König umzubringen das war nicht gut was du getan hast so war der Herr lebt ihr seid Kinder des Todes daß ihr euren Herrn den Gesalbten des Herrn nicht bewacht habt und nun siehe wo ist der Speer des Königs und der Wasserkrug der an seinem Kopf Ende war da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach ist das deine Stimme mein Sohn David David sprach es ist meine Stimme mein Herr und König und weiter sprach er warum verfolgt mein Herr seinen Knecht denn was habe ich getan und was ist Böses in meiner Hand so möge doch nun mein Herr der König auf die Worte seines Knechtes hören reizt der Herr dich gegen mich so lasse man ihn ein Speisopfer riechen tun es aber Menschenkinder so seien sie verflucht vor dem Herrn daß sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen indem sie sagen geh hin diene anderen Göttern so falle nun mein Blut nicht auf die Erde fern von im Angesicht des Herrn denn der König von Israel ist ausgezogen um einen Floh zu suchen wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen da sprach Saul ich habe gesündigt komm wieder mein Sohn David ich will dir künftig kein Leid antun weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist siehe ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen David antwortete und sprach siehe hier ist der Speer des Königs einer der Burschen soll herüberkommen und ihn holen der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen und siehe wie heute dein Leben in meinen Augen wert geachtet gewesen ist so möge mein Leben wert geachtet werden vor den Augen des Herrn und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten Saul sprach zu David gesegnet seist du mein Sohn David du wirst es gewiß tun und vollenden David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück Kapitel 27 David aber dachte in seinem Herzen ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden es gibt nichts besseres für mich als daß ich eilend in das Land der Philister entfliehe dann wird Saul davon ablassen mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen so machte sich David auf mit den sechshundert Mann die bei ihm waren und ging hinüber zu Achis dem Sohn Maos dem König von Gat und David blieb Noam der Jesreelitin und Abigail Nabals Frau der Karmeliterin und als es Saul berichtet wurde daß David nach Gat geflohen sei suchte er ihn nicht mehr und David sprach zu Achis wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe so laß mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land geben damit ich darin wohne denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen da gab ihm Achis an jenem Tag Ziklak daher gehört Ziklak den Königen Judas bis zu diesem Tag die Zeit aber die David im Land der Philister wohnte betrug ein Jahr und vier Monate David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei den Geshuritern und Girsitern und Amalekitern denn diese waren von Alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten als aber David das Land schlug ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe Rinder Esel Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achis wenn dann Achis sprach habt ihr heute keinen Einfall gemacht so sagte David doch ins Südland von Judah und ins Südland der Jerachme Eliter und ins Südland der Keniter David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gatt kommen denn er sprach sie könnten gegen uns aussagen und sprechen so hat David gehandelt und so ging er vor solange er im Land der Philister wohnte und Achis glaubte David und dachte er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht darum wird er für immer mein Knecht bleiben Kapitel 28 und es geschah zu jener Zeit daß die Philister ihre Heere zum Krieg zusammen zogen um gegen Israel zu kämpfen und Achis sprach zu David du sollst wissen daß du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst du und deine Männer da sprach David zu Achis wohl an so sollst auch du erfahren was dein Knecht tun wird und Achis sprach zu David darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa als aber Saul das Heer der Philister sah fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt und Saul befragte den Herrn aber der Herr antwortete ihm nicht weder durch Träume noch durch die Urim noch durch die Propheten da sprach Saul zu seinen Knechten sucht mir eine Frau die Tote beschwören kann damit ich zu ihr gehe und sie befrage seine Knechte aber sprachen zu ihm siehe in Endor ist eine Frau die Tote beschwören kann da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau und er sprach wahrsage mir doch durch Toten Beschwörung und bringe mir den herauf welchen ich dir nennen werde die Frau sprach zu ihm siehe du weißt doch was Saul getan hat wie er die Toten Beschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen daß ich getötet werde Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach so wahr der Herr lebt es soll dich deshalb keine Schuld treffen da sprach die Frau wen soll ich denn herauf bringen er sprach bring mir Samuel herauf als nun die Frau Samuel sah schrie sie laut und sprach zu Saul warum hast du mich betrogen du bist ja Saul und der König sprach zu ihr fürchte dich nicht was siehst du die Frau sprach zu Saul ich sehe ein Götterwesen aus der Erde herauf steigen er sprach wie sieht es aus sie sprach es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet da erkannte Saul dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich Samuel aber sprach zu Saul warum hast du mich gestört indem du mich herauf bringen läßt und Saul sprach ich bin hart bedrängt denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht weder durch die Propheten noch durch Träume darum habe ich dich rufen lassen damit du mir zeigst was ich tun soll Samuel sprach warum willst du mich befragen da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist der Herr hat so gehandelt wie er durch mich geredet hat und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David deinem Nächsten gegeben weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast darum hat der Herr dir heute dies getan und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden denn er erschrak sehr über die Worte Samuels auch war keine Kraft mehr in ihm denn er hatte den ganzen Tag und sah daß er sehr erschrocken war und sie sprach zu ihm siehe deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt daß ich deinen Worten gehorcht habe die du zu mir geredet hast so höre auch du auf die Stimme deiner Magd ich will dir einen Bissen Brot vorlegen das du isst damit du zu Kräften kommst wenn du deinen Weg gehst er aber weigerte sich und sprach ich will nicht essen dann nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau und er hörte auf ihre Stimme und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht Kapitel 29 und die Philister versammelten ihr ganzes hier bei Afek Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jesreel und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis da sprachen die Fürsten der Philister was sollen diese Hebräer und Achis sprach zu den Fürsten der Philister das ist doch David der Knecht Sauls des Königs von Israel der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das geringste gefunden habe seit der Zeit da er von Saul abgefallen ist bis zu diesem Tag aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm laß den Mann umkehren daß er wieder an seinen Ort kommt wohin du ihn bestellt hast damit er nicht mit uns zum Kampf hinab ziehe und im Kampf unser Widersacher werde denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als aufrichtig und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl denn ich habe nichts Böses an dir gefunden seit der Zeit da du zu mir gekommen bist bis zu diesem Tag aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohl gefällig so kehre nun um und geh hin in Frieden daß du nichts Böses tust in den Augen der Philister David aber sprach zu Achis was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit da ich vor dir gewesen bin bis zu diesem Tag daß ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll und Achis antwortete und sprach zu David ich weiß wohl daß du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes aber die Fürsten der Philister haben gesagt er soll nicht mit uns in den Kampf hinauf ziehen so mache dich nun am Morgen früh auf samt den Knechten deines Herrn die mit dir gekommen sind macht euch am Morgen früh auf und zieht weg sobald es hell wird so machte sich David früh auf er und seine Männer um am Morgen weg zu gehen und wieder in das Land der Philister zurück zu kehren die Philister aber zogen hinauf nach Jesreel Kapitel 30 als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklak kam da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklak eingefallen und sie hatten Ziklak geschlagen und es mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und alles was dort war weggeführt vom kleinsten bis zum größten sie hatten aber niemand getötet sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah daß sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren da erhoben David und das Volk das bei ihm war ihre Stimme und weinten bis sie nicht mehr weinen konnten auch die beiden Frauen Davids Achinoam die Jesreelitin und Abigeil die Frau Nabals des Karmelitas waren gefangen weggeführt worden und David war sehr bedrängt denn das Volk wollte ihn steinigen weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott und David sprach zu Abjatar dem Priester dem Sohn Achimelers bring mir doch sprach soll ich dieser Horde nachjagen werde ich sie einholen er sprach zu ihm jage ihnen nach denn du wirst sie gewiß einholen und wirst gewiß rettung schaffen da zog David hin samt den sechshundert Mann die bei ihm waren und als sie an den Bach Besor kamen blieben die zurückgebliebenen stehen und David jagte nach er und vierhundert Mann und zweihundert Mann die zu ermattet waren um über den Bach Besor zu gehen blieben zurück und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinen Kuchen und als er gegessen hatte kam er wieder zu sich selbst denn er hatte während drei Tagen und drei Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken David sprach zu ihm wem gehörst du und woher bist du er sprach ich bin ein ägyptischer Bursche der Knecht eines amalekitischen Mannes und mein Herr hat mich verlassen weil ich vor drei Tagen krank wurde wir sind eingefallen in das Südland der Kirititer und in das Gebiet von Judah und in das Südland von Horde hinab führen er antwortete schwöre mir bei Gott daß du mich nicht töten noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst so will ich dich zu dieser Horde hinab führen so führte er ihn hinab und siehe sie lagen über das ganze Land zerstreut aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute die sie aus dem Land der Philister und aus dem entkam außer vierhundert Burschen die auf Kamele stiegen und entflohen so rettete David alles was die Amalekiter genommen hatten und seine beiden Frauen rettete David auch und es fehlte ihnen nichts vom kleinsten bis zum größten weder Söhne noch Töchter noch von der Beute irgendetwas das sie ihnen weggenommen hatten David brachte alles zurück und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sie sprachen das ist Davids Beute und als David zu den zweihundert Männern kam die so ermattet gewesen waren daß sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren da zogen sie David und dem Volk das mit ihm war entgegen und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich da ergriffen alle Männer Belial sind wollen wir ihnen nichts von der Beute geben die wir gerettet haben außer jedem seine Frau und seine Kinder die sollen sie weg führen und gehen da sprach David ihr sollt nicht so handeln meine Brüder mit dem was uns der Herr gegeben hat der uns behütet und diese Horde die gegen uns gekommen war in unsere Hand gegeben hat und wer könnte auf euren Vorschlag hören sondern wie der Anteil dessen ist der in den Kampf hinab gezogen ist so soll auch der Anteil dessen sein der bei den Geräten geblieben ist sie sollen miteinander teilen und so geschah es weiterhin von jenem Tag an und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag als aber David nach Ziklak kam sandte er von der Beute den Ältesten in Judah seinen Freunden und sprach seht da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn nämlich denen in Bethel und denen in Ramoth im Negev und denen in Yathir und denen in Aroer und denen in Sifmot und denen in Estemoah und denen in Rachal und denen in den Städten der Jerachme Eliter und denen in den Städten der Keniter und denen in Horma und denen in Bur Ashan und denen in Atach und denen in Hebron und an allen Orten wo David mit seinen Männern umhergezogen war Kapitel 31 Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa und die Philister drangen auf Saul und seine Söhne ein und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchischua die Söhne Sauls und der Kampf wurde hart gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte vor den Schützen da sprach Saul zu seinem Waffenträger zieh dein Schwert und durchbohre mich damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und misshandeln aber sein Waffenträger wollte nicht denn er fürchtete sich sehr da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein als nun sein Waffenträger sah dass Saul tot war stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm so starb Saul samt seinen drei Söhnen und seinem Waffenträger und allen seinen Männern an jenem Tag als aber die Männer von Israel die jenseits der Ebene und jenseits des Jordan waren sahen dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren da verließen sie die Städte und flohen und die Philister kamen und wohnten darin und es geschah am folgenden Tag da kamen die Philister um die erschlagenen aus zu plündern und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Bergland von Gilboa liegen da schlugen sie ihm den Kopf ab und zogen ihm seine Waffen rüstung aus und sandten Boten in das Land der Philister rings umher um diese Freuden Botschaft im Haus ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkündigen und sie legten seine Waffen in das Saul getan hatten da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bechan und sie kamen nach Jabez und verbrannten sie dort und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske von Jabez und fasteten sieben Tage Gebeine